Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, unser großer Hass Kapuzen, das ist die perfekte Alternative. Eigentlich sogar besser als Kapuze. Hält dicht, hat einen Nackenschutz, sodass nichts in den Kragen läuft und ist auch etwas gefüttert. Fällt aber recht groß aus und passt daher schon seit zwei Jahren. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.